ARD Text im Auftrag von Funk Probieren wir es nochmal! Das kostet nicht viel Kraft. Das ist das, was in der Wüste passiert ist. Zum Beispiel Christian Horvath, der hat das zwei Stunden lang machen müssen und war kurz vorm völligen Aufgeben. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Und dann? Siehst du? Es ist einfacher. Ich möchte wirklich die Rallye-Win sein, weil die Rallye-Ride ist meine einzige und ich habe wirklich nur die Zeit in meinem Leben. Und ich bin verwendet zu sein, aber ich werde nie aufgeben. Sehr kämpferisch. Also wirklich gut, ja. Es sind nicht wirklich böse Aufgaben, aber es funktioniert. Und es ist eine Chance, die man kein zweites Mal im Leben kriegt. Die Aufgabe des Africa Race zu fahren beginnt nicht mit dem Startschuss. Wie groß ist die eigene Motivation, der eigene Antrieb. Tret aufgeben, sie kommt! Jawoll! Tret aufgeben, sie ist nicht die Reliquin-Win. Paul ist nicht die Reliquin-Win. Ich bin so sorry, aber sie ist nicht die Reliquin-Win. Aber sie werden die Afrika Eco Race für die Italien-Team fahren. Okay. Okay. Ich fährt nach der Kapern. Ist doch klar. Ich fährt nach der Kapern.